Snipe! Wenn's nur mir ging, wär sogar noch ein Snipe. Ja, Bessel wär geil gewesen, hätte man einfach reinrennen können. Die Eins auf den Shocking Guards oder nicht mehr? Ja. Auf den ganz rechten wieder, ne? Ja, wieder auf den, der jetzt vor dem anderen steht einfach. Und der, der liegt, ne? Den müssen wir im Notfall einfach zwischendurch nochmal einen Pfeil reindrücken. Ente kann den ja in den Augen behalten. Ja, ich behalte den aus dem Snapper Tower im Auge. Ich hab, äh, Leute, ich hab einen 270er-Sortel von denen gelootet. Wofür? Er hat noch 31.000, der andere. Für Parasayer. Schützwelle auf. Naja, wenn wir die ausgenockt haben, können wir dann später mit 272? Nein, können wir nicht. Warte, ich muss ihn dann im Filler legen. Äh, 200, ah, 200, das ist das, was wir machen. Ja, ich auch nicht, ich krieg die ganze Zeit zum gelben Hedwegen. Da musst du erst ein bisschen warten. Alter, Lessons, du stellst uns die Stegos voll in den... Ja, ich weiß, ich steh dir grad rum. Genau, der Knochenstegel weg da. Der... ...auf dem Boden ist auf 30 Futter. Ja, noch haut der Haftlechner was rein. Ich schmeiße. Ja doch. Wie viel hat der Orange? Ja, 13.000. Äh, kann wer hochkommen und mal schnell den Loot abholen? Was? Wie viel hat der Orange? Absolut, äh, sterben. Ja, dann komm, du musst runterkommen. Ja, äh, ich bin von hinten. Ja, wir sind hier oben, jetzt unten alle beschäftigt. Noch ein Spieler tot. Sag ich ja. Ja, kann sonst irgendwer da oben mal kurz abholen. Ich bin schon unterwegs. Gut. Ich sag mal so. Ich lasse nicht mehr zu den Paraceren. Es sind nur noch zwei Spieler an den Paracer. Durch das Schießen, ne? Entweder fallen alle Paracer um, oder sie müssen zurückziehen und das andere aufgeben. Ja, und ich lass keinen mehr von oben durch. Also mag ich die Spieler zu dern wie. Oh, bist du ungefähr? Bist du bei uns der Trägerband, oder was? Ja, unten, unten, unten. Komm mal hier hinten rein. Mit was schießt du? Es hat schon 20.000, Jungs. Warte kurz. Warte, warte, warte. Ich? Ja, warte kurz. Sind zwar die hier wieder... Das auf dem Boden ist... ...auf 30. Warte, unten sind die hier wieder. Das andere ist auf 20. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Also ich hab nur eine. Einer rennt da auf jeden Fall nach oben von deren Spielern. Das ist ja eigentlich die ganz normalen. Schockingdarts, oder? Ja, Schockingdarts, oder? Ja, Schockingdarts, oder? Vanilla. Ich denk, dass die das Paracea grad gegen Stimberrys füttern. Na, das ist immer noch... ...Lad auf 20. Da machen die gar nix. Die können auch... Ne, ich ging Stimberrys füttern. Wir schießen die hier mit. Sind die Pillars von uns? Ja, und die hab ich wieder hinten. Sorry, dass du in die Kassiertasch kratzen mir. Äh, ne, das war ich nicht. Ich hab nix Kassiertasch. Dann wartest du auf und dann... Achtung, da kommt einer zu dir. Sind oben an dem Pillars. Sie bewegen. Sarah, CH bewegt sich wieder. Wir haben gemerkt, dass der, äh... Hat wer noch Schocking für mich? Nein. Schieß mal ein paar Pfeile auf den anderen drauf. Wo ist das, was liegt denn? Ja, direkt hinter dem... Ja, das sind 2-0 Tricks. Ja, das sind 2-0 Tricks. Sie haben 2-0 Tricks. Sie haben 2-0 Tricks. Sie haben 2-0 Tricks. Sie haben 2-0 Tricks. 2-0 Tricks. Weiter aufs Orange. Ohhhh... Er schießt nicht. Das eine könnte halt jetzt in Ruhe abschießen mit der Assault Rifle, na? Ja, ich glaub ich bin da Angst, der ist wirklich wahrscheinlich nicht das eine erstmal weg. Oh nein, das ist so... Dann macht sich noch einer welche... Die Assault Rifle ist nicht so teuer. Die haben Falling auch. Siehst du mit Kompon. Oh, Kompon-Bomb macht noch am meisten Schaden. Ja, kommst du nicht raus, Windfall. Das Gute an der Assault Rifle ist halt, du kannst halt äh mega viel Damage aus dem äh... Turritte aber raus machen. Ah ok, ich könnte aber von dem draußen, wo wir grad mit dem Schottling da zu schießen, auch easy mit ähm... Voll, der steht hier nackt neben mir. Also bitte. Ja. Mit dem Turritte bist du auch safe wenn du um dich herum überall... ...be Kriegst du. Ich glaub ich krieg meine Leichen immer. Ja. Die Pläten ist auch... Jetzt bauen wir unser Turm. Ja. 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 Weg sprengen. Ja, wir müssen... Ja, wir müssen erstmal was haben gegen den Pluracer. Ich weiß halt nicht... Ich schmeiß mal... Ja, die haben mich gelogen... Oh mein Gott, der vom Spieler. Ähm, ist der mit Sattel noch da, der Pluracer? Ja, ja. Den hab ich gerettet. Ente, mache sie gestoriert auf deine Turm. Okay. Tungel-Russen? Die sind jetzt Ali, oder was? Jaaaa. Aber wir müssen halt gucken, dass wir uns jedenfalls eine Pluracer schon mal tot bekommen. Das wär schon viel wert. Ähm, Malte, dein Vieh stirbt glaub ich. Welches Vieh? Eine Ahnung. Irgendein Verblick. Wie schies ich grad alleine noch drauf? Hey, Leckwiss oder was? Hey, ich hab ja einen Falshaken bekommen, um mich da unten abholen. Hm, da steht ja wohl die Reine von oben. Ich bin mitnehmen. Ich bin mit. Das haben wir kaum verbrauchen. Meine hier. Wir müssen das glaub ich herstellen noch. Oh Gott. Schälter, einer her. Wir haben wirklich gar kein Knie mehr. Das nächste Perracer haut ab, das nächste Perracer haut auch ab. Aran. Das hat nämlich auch schon 32.000. Haben wir hier abgeholt? Ja, ich muss gucken, dass wir das eine Turm bekommen. Das ist wichtig. Ja, wenn wir laufen, dann schnell. Ja, jetzt auf das vordere, auf das ganz vordere jetzt schießen. Alter, dieser dumm Wichser, Alter. Ich dachte eingesperrt, dass ich kaum so oder wie. Oh, gut. Ja. Ja. Mann, ey. So, ich bin jetzt erstmal kurz weg als Spieler. Viel Glück. Wie ist ich jetzt hier alleine drauf, Jus? Bin schon unterwegs. Ja, ich komm jetzt gleich aber wieder. Wenn der mit noch Shocking Darts mitbringt, ich hab nur noch 60. Denk ich dem nicht. Ich glaub wir müssen auch wieder welche anwerfen, mach das mal einer. Hab ich schon. Also das andere hat auch schon 30 Kalor. Das haben sie jetzt ein bisschen nach hinten gezogen. Wie sieht das jetzt, das Volkless aus? Das hat immer noch 30.000. Wie viel Life hat das noch? Keine Ahnung. Dau, Trophäer. Denk ich über den Hals. Wie ist das der Spieler von denen? Der ist nicht tot? Loool. Alles klar, Shadow. Ey Leute, vor allem bei der Turret Mauer brauche ich Hilfe. Da ist ein Spieler und ich kann irgendwie nicht an den ran, weil ich nackig bin. Wer ist da noch? Ey, Pole? Behalte ich bitte. Der ist nackig. Bitte. Matti ist da. Ja, auf was soll ich das Dietstil stellen? Matti ist tot, besser gesagt. Voll auf Land. Auf Tamp Gratius. Und was bist du hingestoppt? Mich? Das modderste Parade hat schon wieder 20k. Müsst nur mal mit drauf halten. Die ist halt hier alleine glücklich drauf, Alter. Ich bin schon unterwegs. Aber ich hab keine Schwingdaten gefunden. Ich weiß nicht, wo die sind. Ja, wir müssen dich anschmeißen. Keine Ahnung. Der Spieler ist tot. Ja, Matti ist gestorben. Oder K.O. Nee, der andere. Hier vorne bei mir, den ich die Beine gehittet hatte. Ich weiß auch, wenn ich aber K.O. ist oder nicht tot. Ja, egal. Wenn die umgekippt sind, wenn das vordere jetzt dann umkippt, dann rennen wir hin und klauen den Sattel runter. Ich bin grad vorn. Was kann sie nicht tun? Ähm, sind eigentlich die Turrets runtergefallen von den Betäubten? Scheiß Muley Rhino, Alter. Ist so lahm, Alter. Nee, stimmt, Alter. Das ist ja mal so dumm, Alter. Da sind die Turrets immer noch drauf. Heißt, wir können den Sattel nicht unternehmen. Ja, ich schieß das jetzt. Da, jetzt bringen sie es weg. Jetzt bringen sie es weg. Ja, dann auf das Betäubbuchschießen. Die füttern das gerade. Ja, wow. Wow, Seed Sturge geht. Ja, das Betäubbuch kein Racer. Klar. Was für ein Pillar? Das Problem ist, die kann das sogar hoch. Nein, Pillar ging nicht. Ich hab's unterzuwerden im Schuss. Ja, der Spieler ist verhofft, ne? Ich hab als nackiger Sieb einen Spieler gekickt. Alter, Shadowner. Nice. Und Utopia greift uns das da noch an, oder was? Serfen wir nicht. Ja, anscheinend. Ja, die wurden ja grafisch geverwacht. Der Spieler ist gerade hoch dran zu uns. Und wo steht das, was ich nicht will? Ein bisschen darf in den Regeln. Oder? Du mit der Rüstung wieder. Was ist denn? Jetzt verlieren. Ja, Marit, steht das überhaupt in den Regeln? Aber die haben auch Rüstung von hinten beschossen. So, da. So, da. Ja, wahrscheinlich direkt steht das in den Regeln, dass das Regeln mit anderen Tribes untersagt ist. Und das kann man halt so, das wurde halt von uns rausgelegt, also. So, ja. Das steht eigentlich schon. Ohne Sinn. Das ist so dumm, Alter. Was die für den Sniper haben. Ohne Witz. Das ist eh, das ist eh so erwärmlich, dass es sich verbunden müsste gegen uns beiden. Weil es sich verbunden. Ich weiß nicht, ich war halt nur bei einem Spieler, wo ich kenne aufs Spiel, wo auch immer. Ja, bisher ist es nichts außer Turret Paracer. Es ist ja an sich schon, äh, Russland und DKG. Ja, das ist. Allein das ist schon unfair und das zweite ist Turret Paracer. Das ist einfach so dumm, Alter. Aber da ist gar nichts unfair. Ja. Wir müssen erstmal was schaffen bis jetzt, na? Ja, das schaffen die eh nicht, weil wir mehr als auf dem Paracer sitzen können sie nicht. Ah, nein, das ist es dann. Wer ist denn bei mir im Sniper 2? Ich? Enter. Auf dem mittleren Stein, sozusagen, rechts von Ferrazino. Ja, aber rechts oben der Stelle, rechts oben der Größere, diese Art Ruf rumgetanzt. Ja, ja. Ich bin den grad schon angeschließen, Alter. Ich vermute mir zum Busch, eigentlich weiß ich es nicht. Ist irgendjemand in der Base, der mich einladen könne? Äh. Zu 10 online. Ja. Äh, sind wir zu 10 online? Nein, wir sind 8 von 10 online. Dann, sorry. Aber wir können Vox die rausschmeißen, wir können Vox die rausschmeißen. Ja. Ich zieh' nicht andere. Können wir ja den Peri wegknatten? Wir haben zwei Besse frei. Beton, wir sind grad quasi zu. Ja, hab ich mitbekommen, ich bin schon länger hier. Ja, okay. Ich hab nur nicht reingelabert. Nessos, oberecht, bestellte Große, siehst du nicht? Wo ich nicht schieße. Der auch da vorne. Warte, der auch fährt zu zappeln. Rechts und am Busch, siehst du nicht? Nein, das ist einer von uns. Einer von uns? Das ist voll krass, wenn ich durch den Sniper stehe. Jetzt rennt er zum... Ja, ich seh's da, unten beim Terry ist noch einer nach links gerannt. Ja, das war lag. Ich hab nix gewohli. Wir brauchen jetzt Perlen... Kann man hier raus mit dem Combo schießen? Ja. Mit ein bisschen Übung. Warte mal. Ich schmeiß dich damit. Kommt beide auf euch zu, pass auf. Äh, impi auf den PP. Okay. Mit Terenzino mit dem Hunter Pfeil. Wir stellen uns aber grad echt aus. Wer hat denn nochmal in meinem Staff geluchtet? Enzo, ich bin im Staffatturm. Hast du alles genommen oder? Ja. Ja, ich hab den Terenzino. Nein. Tot oder was? Ne, hat da Pfeil drin. Oh, perfekt. Hörst du, wie sie schießen wollen? Äh, äh, äh. Äh, abminzt. Man kann nicht in das Gebäude schießen. Es ist voll okay. Ähm, okay. Aber ich glaube, ich schmeiße auch meine Rüstung rein. Wer ist mit der 700% Sniper? Hier schneiden. Ich habe 300. Ich habe 300. Noch ein Schwertknüppel. Fallschirme. Und was zu essen. Wer wird denn die Spiel... Ah, da ist einer mit dem Trick. Könntest du mir einen Faktor Pfeil getroffen? Wenn du es nicht selber brauchst. Echt? Kannst du mir noch, äh, Fallschirme geben? Oh ja, sorry. Nessus, rechts auf dem Stein. Rechts auf dem Stein. Rechts auf dem Stein. Gesichtet? Ähm, ne. Ich sehe ihn nicht. Doch, jetzt. Ah, da. Ich warte. Ja. Ah, hab vorbeigeschossen. Ich glaube, der hängt da hinten hoch. Hast du noch Shocking Arrows? Enter. Oh ja, klar. Kann man das mit dem Progemonie schießen, dass der Steine passt? Petri, Petri, Petri. Warte, ich tue hoch. Ich sehe die Petrine, ich sehe die Petrine. Ah, liegen hier. Seien sie gerade runter. Der ist vom Paracea links eingeflogen. Ah, ich sehe ihn. Jetzt hat er. Wenn er wieder rauskommt, ballern wir ihn ab. Batsch, das war er. War zwar nur das Airschul, aber ich hab's noch erwischt. Stein. Ab. Nein. Die hat 30.000. 30.000 von 57. Nice. Weiter so. Ja, die springen hinten. Uiuiuiui. Wie die springen hinten? Ja, nee, alles frei. Also die Pillars, wo ich hinter denen geflächtert habe. Ach so. Äh, das hat mir gerade... ...zupressen. Nein. Nee. Jungs. Jungs, zwischen denen... Ich hab irgendwo, haben wir noch... Äh, ich glaube 1000... ...Holzpillar große. Die kann man da komplett hoch spammen. Hab ich mal gesehen, wie sie die Paracea wieder weg wollen. Ich hab hier gerade einfach ganz gemütlich mit dem Marco an das... ...ahhh... ...im Takt schießt. Wo war's Feuerstuhl? Bumm. 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 Schieß mal auf der Rechte, dass der noch ein bisschen länger liegt. Bumm. 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 Der Rechte ist erst bei 19000... ...der wird gerettet. Aber ich setz mal zwei Rechte da rein. Bumm. Bumm. Oh, die haben sogar mich getroffen einmal. Bumm. Und wo snipen die? Häh, mo rechts auf den Stäh? Ja. Der Stäh müsste mo weg mit ihm nem Rabazuka einfach auf so Stäh holzen. Den die blöd gucke. Bumm. 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 Ich könnte mit dem Anki mal vorrennen. Ähm. Btom. Schon im Tribe? Ja. Wie bitte? Bist du schon im Tribe? Bittreport hier links. Bittreport hier links. Bittreport hier links. Feuer. Granatlauncher. Habe schon noch eingesteckt. Merkst du das für die hier auch wirklich? Böse. Rechter Stäh. Ja, aber von wo? Wo seid ihr ungefähr? Auf dem Stein oben drauf, hinter dem Gebüsch. Richtung Gardehaus von der Base aus. Aber nicht zu weit. Die sind schon direkt oben. Gardehaus ist schon weg. Maximal zum ersten Zweifachraumkanzler. Ja. Und werdet ihr hochlaufen, vom Stein der Tour. Hier. Ihr habt euch selber geteilt. Rechter Stählgrößerer. Den will ich weg haben. Alter. Fehliger Kopf. Der irgendwann schon nach. Petri. Jo. Wo ist der jetzt gestoppt? Ja, ja. Ich frage mich, wieso die da was blazen können. Überhaupt. Die haben doch alles frei gemacht. Soll ich mal... Impi kannst du mein Zeug mal kurz aufnehmen? Ja. Das will schon du es machen. Der Beton kommt doch. Achso, das stimmt. Der Beton kommt ja. Dann mach ich nämlich grad noch die Büsche am Stego weg, weißt du? Das schaffst du nicht. Doch, schaff ich. In der frohen Mutes. Wett was, dann. Absolut, ne. Ich weiß nicht. Du meinst hinten die Steine an den Büschen, ne? Vor den Stegen. Guck mal, vorm blauen Steg oder ne Steg will ich weg haben. Lass den Stein, Mann. Oh, ganz kurz. Impi, komm ab. Oder wa... In der Morrisoniert mit. Ich weiß nicht. In der Morrisonart mit. St Psychology, dröhnen die Steine an den Bse. Dann bin ich zusammen mit. Die Steg in Folge war die Steg. Bis zum nächsten Mal.